Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Bloodwitch. Wir machen weiter. So Leute. Achso. Genau. So, hallo Hundi. Wir sind wieder hier. Wir müssen das alles wieder aufsammeln. Ähm. Wir müssen. Ähm. Erstens sind es Wälder und Kursen. Und jetzt was? Wir müssen wieder. Okay Leute. Ihr habt vielleicht im Hintergrund so ein kleines Rausschuhl. Das ist aber nicht mein PC oder mein Mikrofon. Sondern meine Mutter baucht halt gerade. Und deswegen ist das auch nicht. Ich hab jetzt nachgeguckt. Genau. Einmal was die Strain. Okay, Leute. Es ist alles weg. Siehst du? Wir müssen jetzt scheinbar hier durch. Irgendwo. Wenn wir dann glaube ich vom Weg so ein bisschen abweichen. Ich weiß leider nicht genau wo. Hier oder hier. Irgendwo müsste eben. Wieder bei einer Wehen fallen. Ähm. Ja. Ich weiß nicht mehr wo es durchgeht. Irgendwo müsste jetzt dann ein Stein sein mit einer Notiz. Und die müssen wir halt. Lesen. Und dann irgendwie. Laufen wir nicht mehr die ganze Zeit im Kreis. Aber das ist jetzt schon passiert. Wie sind wir hier zurück? Ja, das folgen wir auch. Ähm. Geh nochmal hier zurück. Komm. Ähm. Weil der im Worgschul, der ist einfach auch hier gewesen. Bei diesem. Irgendwas man halt zerstören muss. Dann ist er so ein bisschen weiter gelaufen. Und dann. Hat er halt den Stein gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt hab ich mich komplett verlaufen. Jetzt glaube ich auch wieder zum Camp. Warte mal. Mann ey. Aber auch keine Ahnung. Wo wir hier sind. Na ja. Ich glaube dann mal. Dann gucken wir mal was wir so finden. Hier ist ja auch keine Notiz. Nix. So gehen wir jetzt runter. Ich kann hier nicht springen. im Spiel. Alles klar. Muss los. Ähm. Junge. Also ich weiß halt wirklich nicht. Was wir hier machen müssen. Ne, das ist nur das Bild. Ich dachte schon, wir haben es gefunden. Na, eine Fotos. Was ist das? Wir gehen in Zirkeln. Nein, boah. Okay, warte mal. Dann können wir ja jetzt wieder durchgehen. Das ist ziemlich gut. Ja, guck mal mit. Oh Gott. Ähm. Nein, Gott. Wie müssen wir denn durch? Okay, hier war ja das Ding. Dann ist der hier noch weitergegangen. Dann. War hier irgendwo eigentlich ein Stein. Mit dieser Notiz drauf. Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Ich denke, dass die Fähler nicht zu Angst haben, dass sie arbeiten in diesen Teilen arbeiten. Ja, wollte ich auch sagen, aber wo, zur Hölle, wenn jetzt dieser Schwellen, oder dieser Raumschlumpf halt, ach warum, jetzt bin ich hier stuck oder was? Haben die doch nicht, oder? Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Undi, hilf mir bitte. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann jetzt auch nicht mehr aufstehen, toll. Junge, ich komme nicht mehr raus. Toll. Was mache ich jetzt? Ah, ich bin wieder draußen. Au, Alter. Kann ich mich denn hier drin festbacken? Ich schaff auch wieder neulich. Okay. Was ist denn für den Winnie gerade nicht schonmal? Ich schicke halt auch nicht, wo der, wo der diesen Stein gefunden hat. Was? Hängt auch irgendwas in der Panne, das... Ach, egal. Jetzt sind wir schon wieder hier, what? Ja, egal. Oh, was ist das? Oh, die hat was. Es warnt ein Weißkuhig, was? Ich hab die hier直接 bestellt. Und sie war so dumm, als ich hängte mir nicht emmerken, in der Raum. Nein, 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 Entschuldigung, du weißt, dass Schokolade schlecht ist für dich. Schau, schau. Wie hat es hier geschlossen? Es gibt eine Tape drin. Ich muss nicht sehen, was da drin ist. Versuch, den richtigen Moment zu finden und Pause das Video. Ich sehe da nichts, Leute. Warte mal. Warum können wir zurückspielen? Ich glaube, hier ist da nichts, oder? Okay. So, warte mal. Kannst du dich nicht zurück? Ach. Schwierig, schwierig. Bin ich hier irgendwo? Also, ich sehe nichts. Nee, das ist eine Blende. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm. Was müssen wir denn machen? Glück nicht. Spiel gibt aber auch einfach gar keine Tipps. Und wir haben einfach reingeschmissen. Ja, du musst den Kind suchen und das war's. Dann wandern wir hier wieder in neuen Kreisen. Nix passiert irgendwie. Cooles Game auf jeden Fall. Fies halt auch nicht. Wo müssen wir denn hin? Mann. Da oben sind Steine. Bin ich schon wieder stuck hier irgendwie. Die Box sieht auch verdächtig aus. Guckt uns glaube ich auch nix. Ich meine, wir kommen hier auch nicht hin. So. Und hier vorne ist ja jetzt wieder das Zelt. Oh, wieder. Ich muss mir auch einfach hier so ein bisschen. Durch. Was ist das? Was ist das? Das ist älter. Komm schon, Junge. Lass uns das alleine. Toll. Ach man ey. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Wir finden ja auch einfach nix. Auch wenn ich dem Hund zeige, er soll suchen. Er findet halt nix. Ich bin auch schon wieder nicht mehr, wo wir sind. Was hab ich denn jetzt, woher drückt? Heal! Oh! Nein. Dann such mal. Findet's, buddy. Pfff, nichts da ist, oder? Mann, genau das. Wir können ja nicht mehr den Hund zu Hilfe brauchen. Machen wir uns einfach nichts. Hier ist auch nichts. Weiß halt echt nicht. Weiß halt echt nicht, was wir machen müssen. Ich hoffe, es ist jetzt halt dieser Moment da, wenn es sogar das Walkthrough versagt. Ich weiß halt auch nicht, ob das Game dann beeinflusst wird, wenn man eine falsche Entscheidung macht, dass dann ein ganzes Spiel anders ist. Das wäre ja viel zu kompliziert. Was ist denn jetzt, Alter? Und wie zu hell sind wir jetzt hier rauf gekommen? Ähm, wir sind ja in diese Richtung gegangen, weil hier unten ist ja das Zelt. Und sind jetzt hier oben. Oh, the hell. Neh, warte mal. Zieh mal dieses Ding. Geh hier mal nochmal rein. Jetzt sagen wir einfach mal, Such. Okay, seek. Vielleicht findet er irgendwas. Oh man, das nervt mich aber auch, weil das Spiel ist ja eigentlich voll cool und ich habe auch voll viel erwartet von dem Spiel, aber das ist einfach. Ja, man kommt halt einfach nicht weiter. Nichts da, oder? Aber was müssen wir denn machen? Der Mund findet nichts, ich finde nichts. Was soll denn das? Ich bin ja trotzdem an diese Wege gebunden. Man kann ja auch nicht auf Graffield ein. Man kann auch nicht springen, was mich auch übertrieben stresst. Okay, wo willst du? Hier. Ähm. Komm her, Mann! Wie ist er? Man spricht sich immer so krass. Schau her, Mann! Nichts, eh? Ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir schon wieder hier. Dann würde ich sagen, lassen wir es halt mal bei dieser Folge immer noch. Versucht mich nochmal schlau zu machen, ob ich nochmal irgendwas finde. Wir werden es sehen. Äh. Ich und Ronny sind over and out. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020